Jetzt werden wir in der Schambeinfuge gehen, auch eine sehr wichtige Lockerungsstelle auf der Vorderseite des Beckens. Nehmen Sie Ihren großen Aküball und drehen Sie sich zur Seite und legen Sie das Beineleinbelt genau in die Mitte der Schambeinfuge. Bewegen Sie sich nach oben oder unten mit den Ellenbogen, um an die richtigen Stellen zu kommen. Und wenn Sie es gefunden haben, atmen und entspannen Sie sich. Eine sehr wichtige Stelle für die meisten Menschen. Sie können sich auf Ihren Unterarmen entspannen, sofern das für Sie möglich ist. Falls nicht, bleiben Sie auf den Ellenbogen und entspannen Sie sich. Auch von diesem Bereich werden viele Gefühle freigesetzt. Also genießen Sie, was Sie fühlen, einfach durchatmen und loslassen. Mir gefällt es, diese Stelle für mindestens zwei Minuten zu halten, am besten drei. Aber viele Personen haben das Gefühl, dass sie einen Vorteil daraus ziehen, diese Stelle länger als drei Minuten zu halten. Lassen Sie Ihren Körper Ihnen sagen, was Sie machen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.